I'm not a dare. Freundinnen jetzt erst recht, das sind Tina, Nadine, Heike und K. Ein einzigartiges Frauenquartett Bevor die Freundinnen schon bald eure Nachmittage versüßen, wollen wir euch die vier Power-Frauen schon einmal vorstellen. Denn Tina, Nadine, Heike und K. sind einzigartig und haben im Alltag mit den unterschiedlichsten Dingen zu kämpfen. Doch egal ob Probleme auf der Arbeit oder in der Ehe – sie halten alle fest zusammen. Und natürlich teilen sie auch die großartigen Momente im Leben miteinander. D. Die Power-Frauen starten durch Steh auf Männchen Tina, Romantikerin Nadine, Harriere-Frau Heike und Organisations-Talent K. sind unzertrennlich. Die vier Power-Frauen treffen sich täglich, um sich nach einem anstrengenden Tag auszutauschen und gemeinsam durchzuschnaufen. Unter Freundinnen gibt es schließlich nichts, was nicht erzählenswert wäre. Jede der Ladis steht aktuell vor einem Neubegehen – auf welche Art auch immer. Doch Tina, Nadine, Heike und K. halten fest zusammen. Ihr Motto – jetzt geht das Leben nochmal richtig los. Jetzt erst recht. Das zeichnet die vier Freundinnen aus. Mittubrin Tag fala über Spars. Duenses beginnend. Sonst mit der Ehe – die Ruhe, Messer Mainhaus, snutt vidare und hoppare. Hier ist im Internet realized und darüber auch nicht. So da sie in Europa können. Schatten Sie einenineden Realität momentan weiter und wird ganz klarato. Untertitelung des ZDF für funk, 2017